Nachdenkseiten Die kritische Website Bundesverteidigungsministerium gibt Auskunft zu Leopardpanzer in der Ukraine mit der Flagge der faschistischen OUNB Von Florian Warwick Am 23. Mai dieses Jahres hatte das ukrainische Verteidigungsministerium unter dem Slogan Leopard 2 in der Ukraine in freier Wildbahn mehrere Fotos von Leopard-Kampfpanzern deutscher Produktion veröffentlicht Auf einem der Panzer weht deutlich sichtbar die rot-schwarze Flagge der OUNB Der vom Nazikollaborateur Stepan Bandera gegründeten, offen faschistisch auftretenden Organisation Der Bundestagsabgeordnete André Hunko, die Linke, hatte daraufhin bei einer Fragestunde im Bundestag am 24. Mai den amtierenden Verteidigungsminister Boris Pistorius dazu befragt Dem Minister war der Sachverhalt angeblich nicht bekannt, doch er versprach eine Nachreichung Diese traf am 21. Juni ein und legt den Nachdenkseiten vor Um es vorwegzunehmen, das Verteidigungsministerium dementiert weder die Existenz noch den historischen Hintergrund der Flagge Herr Minister, wir erinnern uns alle an die Debatte, die wir auch zur Lieferung der Leopard 2-Panzer hatten Nun hat das ukrainische Verteidigungsministerium gestern in einem offiziellen Tweet Bilder veröffentlicht Die diese Leopard 2-Panzer mit der schwarz-roten Fahne der OUN, also nicht der blau-gelben Fahne Sondern die schwarz-rote der Nazikollaborateure oder später des rechten Sektors zeigen Ist Ihnen das bekannt und wenn ja, wie gehen Sie damit um? So die Frage des europapolitischen Sprechers der Linksfraktion im Bundestag, André Hunko Im Rahmen der Regierungsbefragung am 24. Mai an den Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius Bezug nehmend auf diesen offiziellen Krieg des ukrainischen Verteidigungsministeriums Eingefügt ein Bild, auf dem Panzer und die entsprechende Fahne zu sehen sind Daraufhin erklärte Pistorius Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, der Sachverhalt ist mir noch nicht bekannt Ich werde mich damit beschäftigen Im Parlamentsprotokoll ist zudem noch ein Zwischenruf des designierten deutschen Botschafters in Moskau des FDP-Bundestagsabgeordneten Alexander Graf Lambsdorff vermerkt Der Sachverhalt ist, glaube ich, niemandem bekannt außer Herrn Hunko Eine erste Antwort der Bundesregierung traf zwei Wochen später am 7. Juni ein Und dies auch erst, nachdem der Abgeordnete nochmals per schriftlicher Frage nachgehakt hatte Die sehr kurz angebundene Antwort lautete Bei dem auf Twitter veröffentlichten Bild handelt es sich nach Kenntnis der Bundesregierung nicht um ein von Deutschland geliefertes Gefechtsfahrzeug Bezüglich der verwendeten Flagge liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor Daraufhin fragte Hunko erneut beim Verteidigungsministerium nach ob es sich bei dem fraglichen Gefechtsfahrzeug mit der rot-schwarzen Flagge der Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, um Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 handelt und welche Staaten die auf den Fotos abgebildeten Leopard 2-Panzer mit Genehmigung der Bundesregierung an die Ukraine geliefert haben Erst nach dieser Nachfrage räumt die Bundesregierung das Offensichtliche ein dass es sich bei den Bildern tatsächlich um Leopard-Panzer handelt Zitat Bei den auf Twitter zu erkennenden Gefechtsfahrzeugen handelt es sich um Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 Die Bundesregierung hat keine Kenntnis darüber welche Staaten die auf der bekannten Bildquelle abgebildeten Fahrzeuge geliefert haben Die Bundesregierung äußert sich nicht zu Anfragen mit Bezug zum Verantwortungsbereich anderer Verfassungsorgane oder sonstiger Akteure Dies schließt andere Staaten ein Zitat Ende Auffällig an den Antworten ist unter anderem, dass entgegen etwa den Versuchen des zukünftigen deutschen Botschafters in Russland Alexander Graf Lambsdorff das Verteidigungsministerium gar nicht erst versucht zu dementieren oder in Frage zu stellen dass es sich bei der fraglichen Flagge auf dem Kampfpanzer aus deutscher Produktion um die Flagge der faschistischen OUNB handelt Man nennt dies wohl stillschweigendes Eingeständnis Von den Nachdenkseiten um eine Erklärung zu den Antworten der Bundesregierung gebeten, erklärte Hunko Die Antworten der Bundesregierung sind extrem schmallippig und lassen kein Problem Bewusstsein erkennen Offensichtlich ist es für die Bundesregierung in Ordnung, wenn ganz offiziell deutsche Leopard 2-Panzer mit der Flagge der Nazi-Kollaborateure der Organisation ukrainischer Nationalisten OUN im Einsatz sind Bundeszentrale für politische Bildung Ehre der Ukraine wurde von der OUNB als faschistischer Gruß eingeführt Die dem Bundesinnenministerium unterstellte Bundeszentrale für politische Bildung BPB ließ noch 2017 über die OUNB, deren Flaggen das ukrainische Verteidigungsministerium derzeit an Leopard-Kampfpanzern aus deutscher Produktion flattern lässt Ohne dass dies die Bundesregierung auch nur im Ansatz zu stören scheint, folgendes verlauten Anfang April 1941 faschisierte sich die OUNB weiter und leistete dadurch einen Beitrag zur Gestaltung des europäischen Faschismus-Diskurses Sie führte unter anderem den Gruß Ehre der Ukraine, Ehre den Helden ein Diskutierte die Gesundheit der ukrainischen Rasse und verdammte die Juden als Stütze der Sowjetunion Insgesamt ermordete die OUNB zwischen 70.000 und 100.000 Polen und zwang viele weitere dazu, ihre Lebensorte zu verlassen Am 30. Juni 1941 begannen in Lemberg anti-jüdische Ausschreitungen, die die OUNB mit den deutschen Truppen in einen zwei Tage dauernden Pogrom verwandelte Ähnliche Pogrome, die von nationalen Feierlichkeiten begleitet wurden, fanden in vielen ostgalizischen und wohlyynischen Orten statt Die Säuberung der Ukraine von Juden, Polen, Russen und anderen Feinden der Organisation war ein zentraler Bestandteil seiner Ziele Diese Einschätzung der Bundeszentrale zur politischen Ausrichtung der OUNB und dessen Führer Stepan Bandera ist in mehrerlei Hinsicht aufschlussreich Zum einen werden in dem Beitrag der BPB aus dem Jahre 2007 noch eindeutig und umfassend der faschistische Charakter der OUNB sowie die zahlreichen durch diese Gruppierung verübten Pogrome nachgewiesen Zum anderen, und das wirft ein sehr bezeichnendes Licht auf die aktuelle politische Kultur in der Bundesrepublik wird von der BPB auch dargelegt, dass der Gruß Slava Ukraini, Ehre der Ukraine nachweislich von der OUNB explizit als faschistischer Gruß eingeführt wurde Eine Grußformel wohlgemerkt, die aktuell regelmäßig von Spitzenpolitikern der Grünen, SPD, FDP und CDU ebenso genutzt wird wie von derzeit medial gehypten Osteuropa-Experten und aktivistisch auftretenden Journalisten Ein nachweislich 1941 von einer mit den Nazis kollaborierenden faschistischen und militant-antisemitischen Bewegung ins Leben gerufener Gruß wird folglich von einem nicht unerheblichen Teil der bundesdeutschen Funktionseliten genutzt um vorgeblich Solidarität mit der Ukraine in ihrem Kampf für Freiheit und Demokratie zum Ausdruck zu bringen Ähnlich verhält es sich mit der Flagge der OUNB, die die rechtsextreme Gruppierung rechter Sektor ab 2013 für sich übernahm Diese ebenso historisch eindeutig verortbare Flagge wird auf offiziellen Propagandafotos des ukrainischen Verteidigungsministeriums zu einem quasi staatlichen Banner erhoben und auf Panzern deutscher Produktion gehisst Die Bundesregierung reagiert darauf mit verbalem Achselzucken Was für Zeiten! Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und dannll executives Loin im Portugal Und dann scholarly Sie sehr viel mehr Und dannivo клиners D Du bist